Hey! 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 Jungs, kiekt euch net ab! Guten Tag, Herr Hitler, Herr Hitler, Kamerad. Eine Bockwurst. Bock? Meinen Sie vielleicht Knack? Nee, Bock. Wahrscheinlich will er eine Bratwurst, nicht wahr, Kamerad? Nee. Wissen Sie was, essen Sie lieber einen Leberkass, der kommt die Erfrischung. Ach, was? Bitte, ein Alzerlgeduld, ja? Alzerl, Leberkass, wie könnt ihr mir einen Ast lachen über euch Österreicher? Ostmerker, bitte, weil der Führer hat uns eingeholt ins Reich. Ja, was gibt's denn da zum Lachen? Uns haben Sie gesagt, wir müssten um jeden Fußbreitboden kämpfen, denkste. So viel geküsst bin ich noch nie geworden. So viel Heil Hitler, wie hier, der Teig auch noch nicht gehört. Ja, wie grüßt man denn in Berlin? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Halli, der Herr aus Berlin hätte gern einen frischen Leberkass. Auf meine Rechnung, weil er hat uns befreit. Ach so? Von was hat er uns denn befreit? Mensch, wenn ich das bloß wüsste. Was sind Sie sonst mit dem Titusche-Bester? In der Gloserei geht ja wie meine alte Pendel-Uhr. Und wer geht denn? Meistens gar nicht. Nein, abwiegen bitte. Und zu was? Der braucht Sie nicht zahlen. Nicht weil Sie uns befreit haben, sondern weil Sie sympathisch sind. Danke. Keine Gloserei! Da brauchen Sie noch keine Surren machen, Herr Bruckerer. Weil mir gehen dann gute Zeiten entgegen. Hansi! Getrag den Leberkass zur Frau Hofraudumme! Das musst du selber machen! Was? Was muss ich? Gar nichts muss ich! Hansi, bist du bei der SA? Ja, bei der SA. Schon eine ganze Zeit, dass du es nur weißt. Und jetzt geh ich! Zum Dienst! Heil Hitler!